So, an der Stupa, wie immer, kaum kommt jemand, haut er die Musik an, CD, Knopf drücken, Musik. Renate und Franz Staunen. So, die Gebetsfahnen wieder, wie immer. Aber dreckig schauen Sie aus, die Gebetsfahnen, gell. Und hier die Stupa, 30 Meter hoch. Und hier die Stupa, 30 Meter hoch.